Wir haben heute gemeinsam mit dem Betriebsrat beschlossen, die Fabrik für 14 Tage stillzulegen. Hintergrund für diese Entscheidung ist im Wesentlichen die Entwicklung hier in der unmittelbaren Nachbarschaft. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass unsere Mitarbeiter gesund sind, dass wir in der Region gesund sind. Das ist das, was wir da tun können. Es hat nur bedingt wirtschaftliche Gründe. Wir könnten nächste Woche produzieren. Unsere Zulieferketten sind noch nicht so gestört, dass wir nicht produzieren können, aber wir werden schließen.